moin moin und herzlich willkommen zurück hier auf meinem kanal zu weiteren folge beyond a steel sky wenn wir befinden uns im schlafzimmer der frau von dem typen dessen identität ich angenommen habe so wir werden jetzt mal versuchen mit diesen spielzeug träger was zu machen also nachricht abspielen checker einschalten nach der spielzeugträger ok ist die temperatur zu niedrig heizung höhe einstellen ok da kann man irgendwas machen mit dem kamin und das ist der spielzeugträger also ist die temperatur zu niedrig heizung einschalten was er zu hören ok da kann man etwas mit der kälte machen hier können wir den tracker aktivieren ok bringt uns noch nicht zu viel ich werde mal raus jetzt kann man hier mit dem projektor machen so was soll man checkern kommt da gibt es denn gar nicht viel ok dann kann der hologram auch etwas mit machen kann man auch nicht ist hier noch irgendwas machen können küchensystem in kaffernaschule was kann man mit dem küchensystem in der job machen anscheinend nicht hier meine ganze wohnung durch das finden wir noch eine stelle wo wir etwas machen können testen wir mal hier war der drucker bringt uns nichts solange wir nicht wissen was wir genau machen ok digi holoprojektor davon importieren pass mal auf vielleicht können wir ja machen dass wir sagen dass wir die beiden austauschen hier holosockel app standard visualisieren vielleicht funktioniert das ja testen wir mal anwenden so jetzt sehen wir glaube ich die daten wahrscheinlich von dem bären jetzt müssen wir auch kurz mit dem bären reden dann könnte er uns glaube ich anzeigen wo genau das ist warte mal warte mal warte mal glaube ich hi mama bear looks after all the cuddly kiddies super are you looking for one of my children ja i'm looking for bartleby bilby don't worry child look at my tummy to find your missing friends gut muss ich da jetzt ja anzeigen ob du das hier drüben gesehen kannst können blend was showing the toys tracking data all i needed to do was locate the area code e 1594 find the tracker find lead ok wie kriegen wir jetzt die dings raus ist die frage wenn ich den chip vor ist doch mal stehen du kannst du mir sagen doch mal stehen du heili Okay. Ich sage, dass Master Graham eine Karte suchen. Chipworth weiß sehr wenig über die Geografie der Stadt. Ich muss eine Karte finden, wenn ich mich um den Weg zu finden. Ich weiß jemanden, wie Leet? Ich kann das nicht confirmieren oder verabschieden, Herr. Warum ist das? Als Herr war kleiner und kleiner, war es sehr klar, dass ich nicht mit einer solchen Informationen diskutiert habe. Nicht sogar Herrn selbst. Okay. Do you know if I know someone called Leet? Excellent loophole, Sir. Yes, I do know with absolute certainty whether Sir knows someone called Leet. That's good enough for me. Do you know someone called Leet? He was never my acquaintance, Sir. Do you know what Eet? Do I look like a... You sound like you're developing a... Oh, I see. A little... There's more where that came from. Okay, wir brauchen eine Karte. Wir brauchen eine Karte. Jetzt ist mir die Frage, wo wir eine Karte herbekommen. Können wir uns helfen? Karten suchen vielleicht? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich frage sie trotzdem mal, wenn wir schon mal da sind. Excuse me, Songbird? Hello, Husband. Any idea where the area... E1594. Old? The monopod system has taken care of transport for years. You sure you don't know where to find E1594? The monopod system has taken care of transport for years. Good, thanks. Yeah, bye. Okay, ja, sie weiß es nicht. Aber wie wissen es? Das heißt, wir wissen es nicht. Wir werden jetzt nochmal mal rausgehen, würde ich sagen. Kurz überfoto. Wo ist das, ne? Hey, man läuft es halt nochmal wieder. Gehen wir so wie es soll. So, wir gehen mal raus. Oh. Wir müssen mal rausgehen. Was ist mit dir hier? Willst du mir helfen? Excuse me. Ah, Master Grundy. What joy to see Sir again after all this time. The poet laureate Reginald Arthur Schnippel, Esquire, sends his regards and or condolences as appropriate. How nice of you, Reginald. Correction, Sir. If one may be so bold, Mr. Schnippel is of course Sir's human neighbor. How Sir might mistake you is truly, Tarquin, for our beloved poet laureate is beyond imagining. Okay, fragen wir in den Bergmannach. Any idea where I might find a place called E1594? That sounds like an area code. And not one I would venture into. How so? It would be extremely inappropriate for a gentleman to visit. Sector E. Okay. Okay. Have you heard any reports of missing children? Why no, Master Grail? If anyone went missing, I'm sure AI officer Greta would find their U-chips. What if they were from outside the city? Well, surely AI officer Greta would find them by their newly implanted U-chips. Fair enough. For all his poetry, Tarquin was still a Union City droid. Do you work in these apartments? Of course, Master Grundy. Sir and I have been neighbors for 147 days and 11 hours. I'm Graham Grundy. Of course, Sir. So, we've met before? Of course, Sir. Okay. See you later, Tarquin. Will I? Huh? It's just a phrase. Shall we schedule in another meeting? I don't think that's necessary. Such ambiguity. A tortured soul. Alas, I am inspired. The seal had been vandalized. Poor Joey. Wo draußen wartet dieser blöde Mentor wieder? Dear me. A terrible situation. Very troubling indeed. Mentor, given your experience, your input here would be greatly appreciated. Orana, isn't it? You strike me as a fine young officer of the Ministry of Wellbeing. Would you say that's an accurate description? I'm flattered, Sir. Your record is exemplary, I believe. I do my best, Sir. I'm sure you do. So, please, don't let me down. Fix this mess. Mess? You mean the girl? The whole untidy situation. Yes, Sir. Atta girl. Keep a smile on your face. After all, it's aspiration day, isn't it? The happiest day of the year. I'll take care of it, Sir. I know you will. By the way, a call to pest control wouldn't go a miss. Of course, Sir. Meanwhile, I shall isolate this area until this unfortunate incident has been resolved. Thank you, Sir. I appreciate your advice. Oh, we're all here to learn from each other. Take care now. Now, how do you do this all? Now I'll get away from each other. Oh, there are always new problems. Miss? Pardon me, Miss? Who, me? Hey, you can see forever up here. You know? Be free! Miss, you have to be careful. Careful? Or care less? I know which one I want to be. Why don't you come down, yes? Miss Dijon, is that right? Raquel Dijon. Yeah! That's... me. I... I think... Raquel! Raquel? Did you say Raquel? You need to come down. What? Where am I? Oh, no! Help! Help! Hearing her name had triggered a total change in the girl's behavior. I needed to find a way to get her down before she fell. Okay. Great! I can't start her! You're welcome. This particular spot seemed popular with the local birds. what about the black birds? Let's see. I'll wait for you to talk to her. At the beginning of the night, let's see how they could get up. Excuse me. Sir? What is going on? Just a citizen in trouble. All under control. Anything I can do to help? No need, sir. All under control. Really? Warum ist sie da? Ich weiß nicht. Ich bin nicht sicher, dass sie da ist. Warum ist die Monopode locked down? Weil die Menschen glücklich sind, Sir. Wie? Well, diese Situation hat das Potenzial zu sein, so wir halten die Situation, um es zu sein zu können. Aber ich würde wirklich gerne gehen. Ein wenig Patience, Sir, würde ich sehr geehrte. Wann wird die Monopode unlocked? Wenn die Situation ist. Ich lasse dich zurück nach Arbeit. Danke. Entschuldigung, Sir. Hallo wieder. Guten Morgen, Master Gronny. Was müssen wir über die Frau machen? Wir müssen die Ministry der Well-Being informieren. Aber die Ministry ist bereits hier. Wie sehr effizient. Die Masse war nur ein paar Minuten vorhin. Kannst du eine Art von der Frau nachdenken? Die Grafik sollte die Arbeit schnell genug machen. Das ist ziemlich schwer. Oh! Was Herr bedeutet, dass sie sicherlich gemacht hat? Sicherlich. Bis bald. Bis bald. Before you depart. May I use you as a sort of... Muse? Depends. Are you writing a romance? I had something of a tragedy in mind. I'd rather you didn't. I knew I shouldn't get distracted, but I couldn't help it. It was a handscanner. Handscannen ist besser an. Die können wir tauschen, oder? Die können wir nicht machen. Die können wir nicht machen. Okay, das ist gar nicht so. Die gehen wir mal rein. Kann ich drinnen was machen? Eine Worte ist schwer. Die müssen wir nicht nutzen. Geh es nicht? Die müssen wir gut nachvollziehen. Geh es mal kurz nach einer Etage höher kommen? Dann haben wir mit dem Beispiel nichts reflektierend. Ich glaube nicht, das ist schnell gemerkt. Steht ja da im Wochenkamin haben sie es. Wo kommen wir eigentlich vielleicht hin? Da steht noch ein Linger, ne? Doch hier kann man nicht kaum noch. Wie kann er sie denn da runter bekommen? Hier sind auch noch Apartments. Die Steuerung ist nur schon schwer hier für mich. Sasche. Das Hulldall war stammt mit paint. Das ist der System. Wasser ist voll. Wasser ist okay. Wasser ist okay. Wasser ist okay. Wasser ist okay. Innenbereich, Außenbereich reinigen. Sieht, wie jemand planiert, etwas Bildung zu machen. Okay, sieht hier alles angemalt, das wissen wir jetzt ja. Er geht jetzt raus, nach draußen irgendwas sauber. Vielleicht fährt er ja hoch zu ihr. Die Mädchen seht almost frozen with fear. Tell of a place to get stuck. Are you okay? No, I don't know how I got au pair. Raquel! Raquel Dijon! Don't panic! I'm from the Ministry of Wellbeing! How can we help? Nothing to see here, sir. I suggest you go back inside and enjoy some screen-based entertainment. Excuse me? I'd like to make a complaint. Please, both of you. I'm a welfare officer. I know how to deal with this kind of problem. I just need to check the negotiation protocol. Well, thank goodness the Ministry is on this. It's all very distracting. Can you see any way down from there? No! And everything's wet now, thanks to that robot! Hold on. We'll work something out. Think you can get on the robot when it passes? I... I could try. But... But what if... We'll catch you. You can do it. I rather doubt she can. Can't you try and be more encouraging? You have a reasonably good eye for aesthetics! Thank you! Now grab on tight! We'll be right underneath you! You'll be fine! Human grip strength is famously reliable! Only in short bursts! Okay, here goes! аться at the center Exactly today! The 짜w Okay, do we have a NOx Veers Whoa, let's do that. Be now 하고 what are you doing? What's theülme Wollen wir mal da hoch? Warum kleidet die nicht auf ihn rauf? Warum kleidet die nicht auf ihn rauf? Haben wir doch was abgemacht. Was, der fliegt doch gleich wieder da hoch, dann müsste sie doch da rauf klären können. Was, der fliegt doch gleich wieder da hoch, dann müsste sie doch da rauf klären können. Dann muss ich ihn ja in den Arm räumieren. Commencing spray. Please stand back. Water tank depleted. So. Okay, was haben wir, dass er es macht, aber... ...das andere macht er nicht. Kann man so tauschen? Ja. Ja. Also er reinigt jetzt ja den Außenbereich. Entschuldigung. 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 Was ist passiert? Just the sisters in trouble, all under control. Ich werde dich zurück nach Arbeit. Danke. So. 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 Also hier kann man das nicht ausstellen. Warte mal. So, warte mal. Lass mal da hinten hingehen. Können wir der Station da hinten was machen? Da, 0%. Ah, jetzt weiß ich wie. Warte. Jetzt habe ich eine Idee. Ich glaube wir müssen den Typen einmal reinholen, dann müssen wir beide Geräte gleichzeitig anhaben. Und dann kommt der Wasserstand erinnert und dann von mir versauft. Machen wir jetzt. So, jetzt würde ich sagen, er soll umgekehrt, er soll wieder innen reinigen. Und dann können wir da hinten hingehen und wenn wir beide Geräte anhaben, bin ich mir ziemlich sicher, dann könnten wir da die Wasserversauke auf 0 stellen. Das sollte möglich sein, ne? Da kommt er jetzt ja hier hin, ne? Warum? Da muss er ja nicht hier reinkommen eigentlich. Genau. Soll er nochmal herkommen. Wenn er das da jetzt aufmacht, dann müsste man die beiden doch verkoppeln können. Glaube ich. Ich bin ja nicht 100% sicher, aber wir testen das einfach mal. So. 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 Jetzt müssen wir doch den, den tauschen können. So. 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 Ja. Nein. So. Mach ich das? Ich bin eigentlich auch nicht. Ich bin nicht sicher, ob das reicht jetzt. Ich glaube, dass ich das hier ändern muss. Jetzt wird er sich ein neues Wasser holen. Das müssen wir wahrscheinlich hier ändern und nicht da vorne durch Verlehen waren. So. Jetzt mal gucken, pass auf. Da stehen wir auf null. Dann hat er kein Wasser dabei. Dann flattert er doch gleich da hoch. Ohne Wasser, oder? Hoffe ich zumindest. Dann müsste er raufsprengen können. Dann ist er nicht mehr glatt oben, weil er nicht alles nass gemacht hat. Oh. Das ist ein bisschen weh. Ich glaube, du kannst den Roboter, wenn er passen? Ich versuche es. Okay. Hier geht's. Der Roboter kommt ja normal, aber runter ohne Wasser wahrscheinlich, ne? Und dann sagt er, rauf. Da kommt ja kein Wasser. Das ist auch richtig, ne? Der Hauptdichtmann. Ja, los. Dann müsste er wieder hoch flattern. Dann kann das da raufspringen eigentlich. Ah, guck mal. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Die Frau sieht glatt, dass sie wieder auf dem Boden sind. Entschuldigung? Mr. Grundy. Oh, Mr. Grundy. Mr. Grundy? Bravo, Mr. Grundy. Ihr actions in this situation were sublime, albeit unconventional. Die local noise levels have already returned to normal and the building will soon sparkle again. I'm more concerned about the girl. Is she gonna be okay? Okay. Yes, yes, blah 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 blah. And all that. Officer, wouldn't you say that Mr. Grundy's actions today warrant a kudos boost, hm? Of course. Thank you for the suggestion. Tarquin, Miss. Orana. Orana Newblood. Yeah, like the guy said. Graham Grundy. Mr. Grundy? Raquel. Is she always like that? What do you mean? Well, I met her earlier and she seemed like a totally different person. She's been through a big ordeal. Nothing that a trip to the Reflection Spa won't sort out. Nothing painful. Does the location E1594 mean anything to you? Well, E1594? That's just an area code based on the old map system. Totally obsolete. That system hasn't been used for years. E1594 was an obsolete code. There had to be a way of finding that location. What is the Reflection Spa? What is the... Are you feeling okay, Graham? Everyone this side of the industrial level has heard of Reflections. Oh, you mean that Reflection Spa. It's been a long day. Next, you'll be asking me to tell you about this Joey guy. No, no. I'm familiar. Okay. I'm on the trail of a missing kid called Milo. I think he's somewhere in Union City. That shouldn't be difficult. Any greeter terminal will be able to find him via YouTube. No, that won't help. He was brought here from the Gap. That's not possible. I assure you. Where did you say you worked, Mr. Grundy? That'd be the Ministry of Comfort. I suggest you concentrate on your work and leave wellbeing issues to the appropriate ministry. So, do you work here? I'm an officer for the Ministry of Wellbeing. You often have to talk girls off high ledges? My first one. You did a good job. Thanks. Hmm. Okay. Graffiti no more time. Would she be in trouble for the graffiti? Well, no real harm done. The droid will clean us up eventually. That said, her kudos rating will take a hit. All because she defaced Joey? People loved Joey and what he did for us. Joey was my friend. We did so much together. Well, he might be gone, but he's not forgotten. You can find out about our savior at the Museum of New History. You mentioned I could find out about Joey in a museum? Yes. The Museum of New History has exhibits about how he transformed the city. I'd recommend it to anyone who wants to learn about him and his legacy. A museum dedicated to Joey? He'd be proud of that for sure. Well, it's not all Joey. They have a special exhibit about the previous administration. old technology, maps, that sort of thing. Maps? My advice, though, is to avoid dwelling in the past. Anyway, taking in some culture is good for you. Find it at the Piazza, if you get the chance. I guess I should get going. Yeah, well, thanks for your help. I suppose I should thank you too. No problem. You take care. You too, Mr. Grundy. If you need any well-being support, just ask for me at the Greeter Terminal. Orana Newblood. Come on, Raquel. Let's get you to the spa. You'll be feeling better in no time. No need to worry, Raquel. You're safe now. Happy faces all around, right? In fact, this calls for a... a celebration. It is aspiration day after all. Oh, goodness. Is it? All day. And you know what would be the best end to a day like this? A trip to the reflection spa. I'll pull a string or two and we'll get you straight to the front of the line. Okay. Gut. Haben wir gelöst. Das sollte es auch gewesen sein. Und jetzt wissen wir ja auch, dass wir eine Karte im Museum bekommen. Das heißt, wir werden es auf jeden Fall zum Museum auf den Weg machen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.